PEGX für den Microsoft Flugseminator. Ein richtig schönes Tool. Viele mögen ihn, die meisten haben richtig viel Spaß damit. Andere können sich den gar nicht mehr wegdenken. Aber es gibt eine ganz große Frage, die ich am meisten zu hören bekomme. Wie zum Geier kommt man an richtige Cabin Announcements ran, also die Durchsagen in der Kabine oder auch die Boarding Music. Diese Frage klären wir heute in dem neuen Helpdesk Video und damit viel Spaß. Und damit hallo liebe Flugseminator-Freunde. Ich herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem iFly-Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute widmen wir uns, wie schon gesagt, dem PEGX nochmal. Für alle die, die dieses Programm noch nicht kennen, einfach unten in der Videobeschreibung schauen. Da habe ich hier nochmal zwei Videos verlinkt zu meinen Vorstellungen dieses Programms, wo es einfach darum geht, mal zu zeigen, was dieses Programm alles kann. Im Grunde genommen geht es eigentlich nur darum, die Innenkabine zu simulieren und das eben mit richtigen Cabin Announcements und eben auch richtiger Boarding Music. So, das große Problem ist natürlich, wie komme ich an die ran, denn schließlich tut PEGX eigentlich gar nichts liefern. Da muss man eben selber schauen bzw. es gibt einiges, was Modder natürlich schon gemacht haben, aber ich habe mir sagen lassen, dass das öfters oder sehr oft einfach auch aus lizenzrechtlichen Gründen sehr, sehr schwer ist zu machen. Ja, so, deswegen ist es natürlich auch für alle sehr schwer, überhaupt irgendetwas zu finden. Ich kriege, wie schon gesagt, sehr, sehr viele Anfragen gerade darüber, wie es heißt, Mensch, wie komme ich denn an neue ran? Hast du vielleicht einen Tipp oder eine Ahnung? Deswegen dachte ich mir, ich mache jetzt einfach mal ein Video darüber und jetzt würde ich sagen, widmen wir uns direkt einmal dem Paket. Ich habe damals ein Paket runtergeladen, das war relativ früh, wo dieses PEGX Programm rauskam. Da konnte man sich das einfach runterladen direkt, ich glaube sogar hier auch auf TDFI Design. Das wurde eben aus lizenzrechtlichen Gründen wieder weggenommen und ist deswegen jetzt zum Beispiel auch nicht mehr bei flightsim.to zu finden, weil dort war zum Beispiel das dabei. Ich habe jetzt hier noch eine Seite gefunden. Ich weiß deswegen jetzt nicht, ob die tatsächlich jetzt auch aktuell ist. Ihr seht, das ist vom 1. November 2020. Das kommt ungefähr hin. Das ist auf jeden Fall dieses Paket, was am allerersten Mal angeboten worden ist. Ist gerade auf allflightmods.com zu finden. Ich kann euch diesen Link ebenfalls nochmal in der Videobeschreibung unten reinstellen. Das ist auf jeden Fall das Programm, das Paket, was ich mir am Anfang runtergeladen habe und jetzt seht ihr schon die Safety Announcements von EVR, Finnair, Iberia, Panem, Euling, Aeroflot und so weiter. Also diese 18 Airlines waren dabei. Austrien zum Beispiel unter anderem oder dann hier eben die Boarding Sounds ebenfalls und für 18 Airlines. Aber ihr seht sehr, sehr, sehr begrenzt. Genau, ich glaube, das war sogar der von Jazz. Gabbage sehe ich gerade. Gut, das ist auf jeden Fall ein großes Problem und es ist wirklich, wie schon gesagt, sehr, sehr schwierig an Sounds ranzukommen. Und wenn Sounds rankommen, dann braucht man sie in einem speziellen Format, dem sogenannten WAV, also eine WAV-Datei. Die liest der ab. Ich bin mir nicht sicher, ob der irgendeine andere Datei abliest, aber es gab zumindest sehr, sehr viele Probleme mit anderen Programmen bzw. mit anderen Sounds, die ich versucht habe, da irgendwie zu implementieren. Also wahrscheinlich eher schwierig. Nun, es gibt aber eine Lösung und die nennt sich explain.org. Einfach mal hingehen auf den explain.org Store oder nicht Store bzw. auf die explain.org Forum oder Community. Einfach eingeben oben x-plane.org und dann kommt ihr, wie schon gesagt, auf diese Seite. Ganz wichtig, meldet euch an, denn ansonsten könntet ihr diese ganzen Pakete nicht runterladen. So, welche Pakete sind das? Wir gehen hier einfach mal auf Search und da geben wir ein 3j, ganz wichtig und zwar ohne Leerzeichen. Dann ein großes C, Cabin und dann nochmal ein großes S, Sounds. Dann ändern wir das Ganze. Und wichtig ist, dass wir einfach nur hier, ihr seht schon, einen gewissen speziellen Anbieter, sage ich jetzt mal, suchen. Und diesen speziellen Anbieter finden wir gleich auch relativ am Anfang. Ihr seht schon 3j Cabin Sounds. Das ist eben, wie schon gesagt, ein theoretisches, nee, nicht theoretisch. Es ist ein Programm, was normalerweise für den explain gemacht wurde oder wird und das ist von einem Modder und dieser Modder hat aber sehr, sehr viele Sounds noch zusätzlich. Ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr, woher er die hat, aber eben ist es auf jeden Fall ein Modder und der hat richtig, richtig gute Sounds. Also kann ich euch sagen, die sind qualitativ sehr, sehr hochwertig und deswegen ist es schon mal ein absolutes Highlight und ehrlich gesagt glaube ich auch nicht, dass es viel bessere Sounds in dem Sinne geben wird. Also von daher meine absolute Empfehlung zu diesem 3j Cabin, wenn man so will, der 3j Cabin Sound. Gut, wie filtern wir das jetzt am einfachsten? Ich würde sagen, eben einfach hier auf diesen roten Button klicken, in dem Sinne, wo Cabin Announcements steht. Dann kommt ihr direkt in den Filter für die Cabin Announcements und dann seht ihr, wenn ich jetzt hier draufklicke, dann haben wir theoretisch eigentlich größtenteils von diesem Anbieter alle Sounds, die wir wollen oder alle Sounds, die es gibt, würde ich mal sagen. Und zwar haben wir einerseits zum Beispiel jetzt hier die Lufthansa, da gibt es schon eine Final Version für German and English, also hier Version 2 oder eben Turkish Airlines. Also ihr seht, hier gibt es wirklich diverse und wirklich, damit meine ich absolut diverse Anbieter bzw. diverse Airlines, die hier dabei sind. Ihr seht, British, hier bleiben wirklich eigentlich fast keine Wünsche offen. Der gute Mann hat wirklich so, so vieles drin. Ebenfalls zum Beispiel eine Condor, die auch sehr, sehr, sehr oft gesucht wird. Oder Aina oder eben, ich habe auch manche südamerikanischen Airlines gefunden, JetBlue ist dabei. Also es ist wirklich sensationell. Aeroflot, wie schon gesagt, Malaysia Airlines hier, ihr seht es zum Beispiel. Also hier gibt es wirklich einiges. Das einfach mal durchschauen und dann, wie schon gesagt, ganz wichtig, aber eben, ihr müsst diese 3J-Cabin-Sounds, also die müssen auf jeden Fall dabei stehen, weil es uns erstens schon mal passt, wahrscheinlich die Sounds-Abstimmung nicht richtig. Und zweitens geht es gleich, ja, warum das so wichtig ist, zeige ich euch auf jeden Fall gleich. Also wie schon gesagt, so sieht das Ganze aus. Latim ist zum Beispiel dabei, also eben hier Avianca, der Wahnsinn. Ich sage es euch, wirklich der Wahnsinn. Zum Teil sind sie selbst aufgenommen, zum Teil sind sie aber auch, ja, direkt aus als, praktisch als MP3 übernommen worden. Gut, dann gehe ich jetzt mal auf irgendeinen drauf und ich würde sagen, wir laden uns den mal runter. Da gehen wir mal hier auf GOL, klicken hier einfach mal drauf und so sieht das Ganze aus. Der einzigste negative Aspekt an dem Ganzen, würde ich sagen, ihr ladet halt immer ein komplettes Paket herunter. Ihr ladet nicht nur jetzt zum Beispiel nur die Sounds runter für diese Announcements oder beziehungsweise für die Boarding-Music. Ihr ladet immer das komplette Paket runter. Und das kann unter Umständen schon mal in die Gigabyte gehen, was in dem Sinne eigentlich insofern kein Problem ist. Das große Problem oder das etwas größere Problem liegt einfach daran, dass man über den Mega-Downloader downloadet. Und soweit ich weiß, gibt es da eine Restriktion, also man kann da nicht so viel runterladen, wie man will pro Tag, sondern es gibt eben Gigabyte-mäßig eine Restriktion. Ich bin mir nicht sicher, wie hoch die ist. Ich weiß nur, die gibt es. Also hier, wenn ich auf den Mega, ihr kennt den ja sicher und dann kann ich den downloaden. Tatsächlich ist GOL jetzt hier zum Beispiel ein gutes Beispiel, wie es klein gehalten werden kann, denn hier sind es nur 369 Megabyte. Ihr seht es, aber in der Regel geht das schon in die Gigabyte, also ich hatte da schon zum Beispiel auch ein Paket, wo 2 Gigabyte dabei sind. Also von daher rechnet das einfach ein bisschen vor. Das kann durchaus ein paar Tage dauern, bis ihr wahrscheinlich alle eure Pakete habt, die ihr wollt. Gut, wie schon gesagt, dann einfach einmal downloaden und dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Installationsecke. So, ich habe jetzt schon mal verschiedene Fenster geöffnet. Leider ist es mir momentan leider technisch nicht möglich, das Ganze etwas zu vergrößern. Ja, verzeiht mir das bitte. Ich, wie schon gesagt, werde einfach mal vorlesen. Ich meine, da gibt es auch nicht allzu viel in dem Sinne zu tun. Das meiste ist selbsterklärend. Das Wichtigste ist erst einmal der Pfad. Wo findet ihr die Ordner, die ihr braucht für Packaxe, beziehungsweise um dort die Boarding-Musik drin zu haben. Ganz einfach, da geht ihr einfach auf Dokumente, also auf euer Hauptverzeichnis. Dort sind sie meistens in den Dokumenten drin. Und dann bei Dokumente gibt es den Packaxe-Ordner. Da habt ihr dann Airplanes, Boarding-Music, Custom Safety Demonstrations und die Exports. Also die vier Ordner sollten drin sein. Und dann könnt ihr dann eben entweder in die Boarding-Music oder in die Safety Demonstrations die jeweiligen Sounds hinzufügen. So, dann habe ich hier die Ordner runtergeladen. Hier zum Beispiel habe ich auch Avianca, damit ihr das mal seht, 1,2 Gigabyte. Die ist dann, wie schon gesagt, etwas größer. Jetzt habe ich auf jeden Fall erst einmal GOL groß gemacht, beziehungsweise aufgemacht, entzippt, wie auch immer. Dann klicke ich hier einmal doppelt auf den Ordner und jetzt seht ihr, wie schon gesagt, das gehört normalerweise einem anderen Programm an. Ihr seht schon, dieses Programm unterteilt in verschiedene Bereiche. Die Bereiche bestehen zum Beispiel aus Pre-Flight, also bevor es zum Flug losgeht, dann in Flight und so weiter. Also da sind auf jeden Fall noch sehr, sehr viel mehr Sounds dabei. Aber die interessieren uns eigentlich gar nicht. Wir wollen eigentlich nur auf Pre-Flight, gehen da einmal auf Doppelklick und dann können wir hier unsere Musik raussuchen. Also hier sehen wir zum Beispiel die Boarding-Music. Das ist dann die Boarding-Music von GOL. Die ziehen wir dann einfach hier in den Boarding-Music-Ordner. Und hier unten haben wir ebenfalls einmal die Safety Abort und einmal die Safety Video. Also hier können wir sogar aussuchen. Entweder wollen wir das Video laufen lassen, was dann für alle am Bildschirm sichtbar ist, oder eben die Crew, die Safety Demonstrations praktisch reden lassen. Also wirklich sehr, sehr gut. Ich kann hier einmal kurz das Ganze öffnen, damit ihr mal hört, wie gut die Qualität ist. Das sind jetzt, wie schon gesagt, die normalen Sounds, die aufgenommen worden sind. Und dann hören wir mal hier das Video an. Das ist jetzt einmal vorgespult. Gut, hier sind sie noch aufgenommen. Aber ich kann euch mal zeigen, wie das aussieht, wenn sie... Deswegen sind sie wahrscheinlich nur 300 Megabyte groß. Aber hier zum Beispiel jetzt bei Avianca können wir jetzt hier zum Beispiel mal auf die Safety Videos gehen. Ein Moment. Also ihr hört schon, das sind wirklich richtig gut aufgenommene Sounds. Oder eben entweder aufgenommen oder eben, wie schon gesagt, direkt als Video mitgegeben. Also richtig gut implementiert. Und ebenfalls hier auch die Boarding Music. Ihr seht, das ist jetzt übrigens die Avianca, die 1,2 Gigabyte groß ist. Und hier sind auf jeden Fall schon nochmal sechs Ordner drin. Und eben, ihr seht auch hier einiges mehr an Sounds dabei. Wie schon gesagt, das muss euch alles nicht stören. Das gehört zu dem Programm, was eben für X-Plane da ist. Was übrigens sehr cool ist. Auch von dem Modder gemacht. Also ist auch verrückt. Das ist praktisch Pack-Ex für X-Plane und das völlig umsonst. Und dann eben noch mit diesen ganzen Sounds dabei. Aber gut, das spielt jetzt keine Rolle. Wichtig, wie schon gesagt, ihr geht auf den Pre-Flight Ordner und dann eben von dort aus auf die Safety Video oder eben die Boarding Music. Alles beides einfach einmal reinziehen. Ein wichtiges, was ich euch vielleicht noch empfehlen würde, einfach das Ganze mal umzubenennen. Denn ihr seht, ihr habt hier Safety Video, SGAB, bla bla bla. Also das ist eine sehr, sehr lange Datei. Und ich mache es meistens so, ich lösche das hier einmal komplett weg, damit am Schluss nur noch Avianca steht. Und dann schreibe ich entweder hinten dran Video oder dann eben gar nichts. Und bei Video weiß ich dann, dass es eben die Video Sounds sind für die Safety. Und bei nichts weiß ich eben, das ist die normale Kabine. Und ebenfalls dasselbe bei Boarding Music. Da macht man einfach Avianca, einfach bis zu Avianca löschen. Hier das Ganze weg und Avianca freilassen. Und dann weiß man, okay, Avianca Boarding Music fertig. Also da muss man sich da noch ein bisschen zu helfen wissen, was das anbelangt. Aber ja, so einfach ist das, Freunde. So schnell hat man das Ganze installiert. Und so gut würde ich euch, wie schon gesagt, dieses Ganze empfehlen. Denn eben ihr habt hier wirklich sehr, sehr gute Sounds, die alle frei runterladbar sind und die ich wirklich nur wärmstens empfehlen kann, durch die Bank weg. Auch wenn sie eben, finde ich, jetzt so aufgenommen worden sind, wie jetzt da bei der GOL, finde ich, das ist genau das, was ich eigentlich sogar noch besser finde ein Stück weit. Weil eben, wenn sie direkt aufgenommen worden sind, aber natürlich auch gut verständlich, dann wirkt das Ganze für mich halt nochmal ein gutes Stück realistischer. Also, aber das ist natürlich immer Geschmackssache. Da könnt ihr, wie schon gesagt, selbst entscheiden, beziehungsweise euch selber raussuchen, was ihr am besten findet oder eben auch nicht. Gut, Freunde. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen damit weiterhelfen. Wenn euch das Video gefallen hat, nicht vergessen, bitte ein Like hinterlassen oder, wie schon gesagt, ebenfalls, falls ihr das noch nicht haben solltet, ein Abo, damit ihr dann immer wieder auf den neuesten Infos oder eben vielleicht auch zu den neuesten Helpdesks mehr erfahrt, beziehungsweise hoffentlich jetzt auch ein bisschen Hilfe bekommen habt. Und, wie schon gesagt, falls ihr noch Fragen haben solltet, gerne in die Kommentare schreiben oder, falls ihr noch mehr wissen wollt, etc., kommt da einfach mal in den Discord-Channel, ebenfalls unten in der Beschreibung, den Link angegeben. Ja, und da kommt uns einfach mal besuchen, geht tierisch ab dort, ja, und sämtliche Fragen sollten da hoffentlich gut beantwortet werden. Dann wünsche ich euch, wie schon gesagt, noch einen wunderschönen restlichen, wunderbaren Sonntag. Genießt den Rest der Woche. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche wieder bei einem neuen Stream. Und bis dahin sage ich, immer schön brav weiterfliegen, euer Blade Runner.